so leute jetzt geht es hier wieder weiter und wo haben wir aufgehört stimmt ich weiß nämlich nicht was wir jetzt machen sollen hier übrigens wieder der kakasi von hier sieht es aus wenn da nichts rausfließt so was haben die jetzt hier für ein problem so ich brauche hier mehr geld deswegen mache ich mal auf drei und dann geht das wieder ein bisschen schneller hier voran jetzt meckern die hier auch schon jetzt haben sie wieder was normal betrieb außerbetrieb komisch also das ist echt manchmal komisch echt es ist echt manchmal komisch und nicht normal moment was haben wir denn hier für moment mal normalerweise müssten wir diesen bereich extra hier machen ich glaube das mache ich doch jetzt mal weil das doch warte mal, hier habe ich Herzindustrie ist hier, das ist ja auch Herz, ja, oder? Ach, kacke, das wäre ja doch Industrie Dings hier Das war jetzt eigentlich ein Blödsinn, was ich da gemacht habe Aber gut, ich lasse es jetzt einfach mal so Ich lasse es jetzt einfach mal so Oder nee, ich label das eine wieder um Weiß ich nicht, soll ich das hier machen? Das würde eher passen, oder? Hier ist grün und hier ist Wald eigentlich In diesem Bereich Und hier ist halt Bläulich, also machen wir da mit Dings Jawohl, jetzt haben wir es endlich hier Solar Und ein drittes Stalin So, Moment Wie viel kostet denn das Solar? Okay Ich glaube, da mache ich doch eher mal das hier Ich muss mal So, wo sind die Totenbürger? Nirgends, ne? Sind alle schon ausgewandert hier Wahrscheinlich, ne? Boah ey, warum das immer wieder auf 1 geht Das ist echt nervig manchmal Okay Tot haben wir jetzt eher nicht so Aber Moment Wo haben wir das Krankenhaus? Wir haben nur hier 1 Meine Güte, ist das wenig Hier können wir noch 1 hinbauen 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 Ach, komm ins Industriegebiet auch gleich Weil ich es kann Dann hier nochmal Vor den Kreisverkehr So Dann haben wir auf jeden Fall Normalerweise genug Kapazität hier Ne? Das wird, glaube ich, schon etwas besser Was ich so sehe Aber egal Das werden wir dann schon sehen Ob es dann viel besser wird So, jetzt gucke ich mal Ob hier alles in Ordnung ist Strom haben wir genug Wasser ist schon bald wieder ein Problem Oh Ja, aber dann hat der Kackasee Nicht mehr so einen hohen Anspruchswert Weil dann ist nicht mehr so viel Kack Ich lasse es erstmal noch so Komm, ich baue hier noch ein drittes dazu So Das passt und Weiß nicht Wie viel kostet das? Ist einfach ganz schön teuer hier, ne? Ne, ich bleib noch bei denen Und wenn ich mal genug Geld hab, dann 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 mach ich das dann mit den anderen Aber jetzt erstmal noch nicht Weil es ist ziemlich noch schweineteuer hier Ich verbinde das hier noch Und dann Das fließt hier auch schon Perfekt So Damit hier mal der Kackasee Mal wirklich braun wird Oh Mann So Die müssten wir mal entleeren Ich weiß gar nicht Werden die trotzdem noch voll gemacht Obwohl wir schon die Verbrennungsanlagen haben Oder 15 und 16% Das sieht hier mit Müll aus So Mit Müll sieht es folgendermaßen aus Das ist ein bisschen problematisch Wir bräuchten fast noch eine Verbrennungsanlage Das bauen wir doch mal geschwind hier mal hin Alter, wie viel kann ich denn hier noch bauen? Ich hab hier schon sieben Stück, oder? Yo, ich hab echt schon sieben Stück Das müsste doch reichen Alter Das muss echt jetzt mal reichen hier Wow Das hab ich jetzt nicht gesehen Also ich glaub hier Ist ein bisschen mit Müllabfuhr Stress hier gerade Ach du Kacke Hier werden Das sind hier schon drei Sprüge, ne? Aber warum fahren die nur auf diese eine Spur? Pferde bitte auch mal auf die andere Spur Wir müssen nicht nur diese eine Spur blockieren Oh Gott Diese Logik Diese Logik Das ist ja so schön So, ich mach hier mal folgendermaßen Ich mach hier von der Mülldeponie Ich mach hier eine Einbahnstraße Ähm Könnten sogar 100% 80, das ist sicherlich 90 Ja, hab ich sehr gewusst Ja, komm Ja, die Kurve ist ein bisschen Cool geworden Muss ich sagen Obwohl Wir hätten eigentlich Wir hätten eigentlich auch schon runterbauen können Ich vollidiot Ich hätte da auch schon runterbauen können Warum hab ich hier überhaupt hochgebaut? Ich weiß das ja sowieso nicht Ich bin sowieso ein bisschen Warte mal Diese Kleidung hier Die reißen wir mal hier ab Weil ganz einfach so viel ist Für nichts hier gerade Geh doch mal weg hier So Die Leitung ist weg Und die haben noch Strom Sehr gut So Jetzt mal hier wieder Zack Runter hier Das hier ist schon ausgewählt Das ist gut Die können ganz schnell Und ganz easy da hinfahren Ist doch ne gute Idee, oder? Na, seht doch mal das ja an Da fahren schon ein paar auf die Spur Auch wenn's nicht viel ist, aber Ich sag mal so Es entlastet Etwas Die Straße Etwas Ich denke mal Die ganzen Müllwegen Na gut Zum Teil Eher nicht so Alter Was hier los ist Aber da ist Schön benutzt Jetzt guckt euch das mal an Uiuiui Ah, da fahren jetzt schon die ersten Müllwagen hin Na gut, es ist noch nicht Boah, Alter, was hier los ist Junge Meine Güte Ey, hier ist das los Das gibt's doch nicht So, Müll Haben wir ein Problem anscheinend Ähm Ja, wir haben eine Müllproduktion Die ein bisschen höher ist Als Warte mal Pro Woche Okay Okay, das mit den Müllverbrennungsanlagen Geht grad noch so Ja gut, das Das muss jetzt so passen So, äh Wegen der Bildung Haben wir ja gesagt Dass es da noch nicht so Ganz prickelnd aussieht Und das tut es auch nicht Das ist die Oberschule Oberschule Wo sitzen wir denn hin Ich denke, wir setzen sie einfach mal hier hin Wo hier Platz ist Alter, immer noch nicht genug hier Hier nochmal und Hier nochmal So, aber jetzt muss es aber reichen hier Immer noch nicht Alter, schön Das ist echt Ein bisschen extrem So In der Oberschule geht's grad noch so Oh man Ach guckt mal Das sieht doch schön hier aus Ja gut Der sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus Aber es Es geht Es geht Könnten jetzt Einen Güterbahnhof bauen Ist ja vielleicht noch so eine Schnaps-Idee Aber ob ich die dann Komplett umsetzen kann Ist die Frage Ach, wisst ihr was Das machen wir in der nächsten Folge dann Bis dahin kann ich noch ein bisschen Geld sammeln Derzeit gucken wir mal die Stadt von oben an Ja gut Ein bisschen hat sich jetzt verändert Diese Straße hier hin Und der meckert schon wieder Dass er kein Wasser hier hat Die Oberschule hier Junge, 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 Junge So Ja gut Das sind noch verlassene Gebäude hier Aber das ist normal Also das wird sich noch einrenken Also es kommen ja noch Ziemlich gut Menschen hier rein Also jetzt sind es 25.000 Ja Wie ich heute angefangen hab Waren gerade mal so 7.000 Ja Also wir haben schon richtig viel Einwohner jetzt Gemacht Da kann man auch schon mal sehen Dass eigentlich So ein Verkehr Stattfinden kann Ja Das ist auch genial Der fährt und der fährt Äh So ist er nicht Jo Ich finde ein tolles Straßennetz Da sind die Baumstämme Halt Nicht so schnell Ich komme kaum hinterher Ich weiß immer noch nicht Wo ich hier schneller sein kann Weil ich glaube es gibt eine Tasse Damit man hier schneller Oh Da ist was abgefackelt Rest in peace Ja Da hat die Feuerwehr Wieder mal geschlafen Ne Würde ich mal so sagen Da brennt schon wieder Eine Hütte ab Jetzt fällt mir Ein Toller Titel Beziehungsweise Ein Songtitel Ein Aber das Sag ich jetzt mal nicht Weil Ich will ja hier kein Dingens hier machen Also Ne Lass dich mal lieber Ne Ne So Das ist ja auch hier voll Alter Das gibt's doch nicht Nur Müllprobleme hier Gerade am Start So Da sieht's gut aus Da sieht's gerade noch so gut aus Das Wie gesagt Das sieht auch noch gut aus Wenn halt nicht noch mehr produziert wird Dürfte super gehen Und Ach Jetzt guck mal an Jetzt ist auf einmal auf 159 gesunken Ah Hahaha Schön Friedhof Verstorbene 6 Ja gut Müsste man jetzt dann auch mal Der Friedhof ist dort Ach komm Ein so ein Teil Bau mal ne Damit wir so was haben Muss ich mir das mal angucken Hier Es sieht nice aus Es sieht nice aus Kann man nix dazu sagen Vor allem auch der Behindertenparkplatz hier Ne Das sieht gut aus Ja Cool Also es gefällt mir jetzt schon hier so richtig Oh Das ist noch richtig niedlich hier Weißt du hier schön höhere Gebäude Und hier so ein ganz kleines Haus Der hat sicherlich die beste Sicht aller Zeiten hier Hochhäusesicht Oh Nicht mehr viel Und dann wird der aufgewertet Na warte mal Da könnten wir ja vielleicht was beisteuern hier Moment Habe ich hier überhaupt Ah Moment Da fehlt doch ein kleines Stück Warum auch immer Interessant Na gut Ähm Wir pushen das kleine Gebäude hier Mit was pushen wir den Ach geil Ein Karussell Eine Hüpfburg Sieht aber auch cool aus Ich bin gerade echt am überlegen Was ich mir davon hole Ach komm wir nehmen das Hüpfburg oder Oh das ist gar nicht so Oh Hier geht's ja so Zack Und jetzt dürfte das hier Nichtstufe nach oben Ich hab keine Ahnung Normalerweise müsste hier jetzt Die Stufe nach oben gehen oder nicht Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung wie das hier so läuft So und ich weiß Ich überziehe schon längst die Folge Gut Dann würde ich auch sagen Wir machen hier wirklich mal einen Cut Weil sonst Das ist noch 25 Minuten Video oder so Das ist jetzt ein bisschen übertrieben Weil es noch nicht Ja okay 20 haben wir jetzt schon Dann würde ich sagen Dann speichern wir erstmal hier Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Leute Ciao Leute